Ja, Leute. Willkommen zurück zu Resident Evil 3 Nemesis. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wir haben im letzten Part unseren Kollegen Brett unter Anführungszeichen getroffen. Ich habe ihm nicht geholfen, mich egoist, aber egal. Wir mussten ja Money sparen. Und meine Kollegin Miss Fortuna LP ist auch wieder mit von der Partie. Ja, hallo. Und wir müssen jetzt wieder mal Richtung Polizeirevier. Da waren wir im zweiten Teil auch. Und ja, wird hoffentlich gut verlaufen. Weil ich will nämlich den nächsten Gegner relativ gut besiegen. Ja. Das ist unser großes Ziel. Ich hole die Pompons schon mal raus. Genau. Das war jetzt irgendwie pervers. Och, Mensch. Oder zumindest zweitüchtig. Lange ich nicht sage, ich lasse meine Millionen kreisen, ist doch alles okay. Und die Zombies brechen durch, verdammt. Die Schwäne. Kommt schon näher, kommt näher, ihr Süßen. Putt, putt, putt. Immer die Kriecher da unten vor allen Dingen, die sind auch so hübsch. Ach. Äh, okay. Ich nehm's mal so. Jawoll, stirb doch mal, du Freak da vorne. Ah, da hinten bleiben immer welche übrig, das ist voll krass. Die sind klug, die sehen, ah, die Idioten. Das ist fies, nicht klug. Nein, ich mein, die Zombies sind klug. Weil sie sehen schon, ah ja, die Idioten gehen da alle hin, ne. Da bleib ich mal hier hinten. Die sind wahrscheinlich auch studiert. Genau. Und da denken sie so, vielleicht hat sie ja keine Munition mehr, wenn sie hier ankommt. Aha. So, jetzt nehmen wir da was auf und Schild greift ihm schon wieder in den Schritt. Ah, du immer, worauf du achtest, Foto A. Die Polizisten drängen weiter nach vorn. Ja, weiter. Es ist datiert September, Simon, es ist datiert mit September, 27 September. Ich warte fünf Stunden auf ne Antwort, ne. Ach so, ja. Ich wollt grad Pause machen, ich feil mir grad die Nägel, ist mir doch egal. Nein. Und du schminkst dich gerade, ne. Genau, ich lackier mir grad die Fingernägel und rasiere mir die Beine nebenbei. Guck doch hier nicht hin. Und das stinkt dann natürlich wie Sau. Was machst du? Das stinkt wie Sau. Was hast du grad gesagt? Das stinkt wie Sau? Irgendwie schon, ja. Wenn man sich die Beine rasiert? Nee, wenn man sich den Nagellack auftut. Ach so. Nee, Nagellack riecht doch eigentlich ganz nett. Nee, find ich nicht, aber naja. Du darfst bloß nicht zu tief einatmen, wenn du dann mit dem Nagellackentferner das wieder abmachst. Ey, boah, da kriegst du Umdrehungen. Da sind ja auch schon so ein paar Vollidioten dran gestorben, ne. Weil sie irgendwie hier so Klebstoff schnüffeln oder Lösungsmittel schnüffeln und so'n Scheiß. Wo man sich übelst im Gehirn was wegätzen kann dadurch und dann geistig behindert wird und so. Also sind ja schon die schärfsten Sachen. Also Kinder, don't try this at home, während wir das Seil anbrennen. Mhm. Das in Öl getränkt ist, aber wir brauchen es anscheinend nicht. Boah, falsche Taste. Und wir fackeln nicht lange. Wir sind so heiß, dass das Seil gleich so abbrennt, wenn Jill nur anguckt. Da würde ich aber auch abgehen, ne. Und da kommen wieder Köter, boah. Ja. Nein, das war natürlich mein Sexappeal, dass hier über die Skype-Verbindung auf das Seil projiziert wurde. Deswegen ist das abgefackelt. Genau. Ja. Jetzt sag nichts Falsches, mein Freund. Ich sag am liebsten gar nichts. Ja, sag mal einfach gar nichts. Kannst du ja auch nicht. Du wirst es ja nicht. Ja, stimmt. Du kannst nur sagen, dass es unter Umständen so ist oder halt nicht. Aber genau sagen kannst du es nicht. Wir nehmen mal das Pulver. Und mischen das natürlich sofort mal. Ich hab' ich wieder das... Um mal wieder zum Punkt zu kommen, ne. Speicherst du jetzt hier nochmal ab? Oder wie ist das? Äh... Ja, glaub schon. Ja, mach mal lieber, ne. So. Und jetzt haben wir wieder über 50 Money. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Darf ich mal ganz kurz in der Aufnahme was Technisches fragen? Klar. Ich sehe ja... Also wir haben ja eine Bildschirmübertragung. Ist ja alles schön und gut. Und ich sehe ja oben auch dieses Kästchen, wo dann halt, weil wir ja über Skype telefonieren, mein Name drin steht. Und da ist gerade so eine... Die gelbe Frameszahl. Ist das alles richtig? Mh-mh. Ne? Das darfst du irgendwie nicht werten. Ich... Ich kenn mich da ehrlich gesagt zu wenig selber aus oder so. Ich weiß das gerade gar nicht, was du... Ne, ich dachte nur grad, dass vielleicht meine Stimme jetzt nicht aufgenommen wird oder und sowas. Deswegen... Ach, dann ist ja gut. Deine Stimme wird im Video selber aufgenommen und meine extern. Ah. Zur Not hätten wir nämlich behauptet, du bist irgendwie schizophren und hörst Stimmen und redest mit dir selbst, wenn man meine Stimme nicht hört. Okay. Und alle fragen sich, mit dem redet er da? Nein, Quatsch. Ich meine das ist ja nicht böse. Ich habe übrigens gesehen, wie du bei deinem Zusammenspiel mit der Gothi damals, glaube ich, du warst das, ne? Mhm. Wie du sie übelst geärgert hast. Das habe ich gesehen, ja. Pfff. Und ich werde jetzt hier die Frauenpower, ja. Ich habe mir jetzt zum Ziel gesetzt. Ich werde dich fertig machen. Nein, Quatsch. Ah. 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 Das nennst jetzt gar nicht ernst. Nein. Das sollst du auch nicht ernst nehmen, das ist doch nur ein Witz. So, jetzt wollen wir gleich das Poliziere betreten. Und ich werde still sein, weil wir dort werden können wir eine übelst geile Cut ziehen. Und ich werde reden. Hahaha. Um alles zu versauen. Wie immer halt. Na. Ooooooooooooooooooooooooooooh... G... 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 Wir müssen... Geh, die Hilfe! Nein! Nein! Ihrer Rät? Ich bin... S.T.A.R.S. Ich wusste, dass das wieder kommt. S.T.A.R.S. Das ist Nnemesis, Leute. Gegen den können wir jetzt kämpfen oder auch flüchten. Ich bevorzuge den Kampf. Deiner Job nämlich übelst geile Sachen. So. Yay. Und ich werde dich anfeuern. Ja, fight with the monster. Das ist übrigens Davils Lieblings-Cutscene. Einfach nur deswegen, weil Brad stirbt. Und weil man von Jill viel sieht. Haha. Na, Jill ist viel im Bild. Also kann sie dich nicht beschweren. Stimmt. Aber davon habe ich auch nichts, solange sie nicht nacken ist, ne? Aber es ist eine Videospielfigur, selbst wenn sie nackt wäre. Was würdest du dir denn bringen? Stimmt. Das pixelige Kuschel, das ist ja nicht wirklich realistisch und hübsch. Wie damals nur alle abgegangen sind bei den alten Tomb Raider-Teilen, ne? Dass Lara Croft so eine übel... Nein, jetzt hat sie mich... Ah, jetzt hat sie mich ja genau... Nein. Steh auf, Jill. Jill. Und so relativ schnell geklickt. Jawohl. Jill, du bist unser Mann. Wenn du es nicht schaffst, dann keiner es kann. Yeaaah. Okay, Jill, du bist unsere Frau. Schlacken, der Miss ist die Sau. Yeaaah. Kalken wir zwar. Was denn? Ich bin neu in dem Cheerleader-Gewerbe. Ich muss das erstmal üben. Ich bin in der Gewerkschaft. In dem Cheerleader-Gewerbe, ne? In der Cheerleader. Okay, scheiße, scheiße, scheiße. Lauf! Nein. Nein, lauf, lauf, lauf! Nein, stirb nicht! Lass es raus! Jawohl. Hesig sogar ungewöhnlich schnell heute drauf. Okay, ich hab keine Muni mehr verlaufen. Die Gute hat kapiert das, was Ernst meinen, weswegen. Stimmt, ich hätte gedacht, boah, der Devil, der Devil meint das ernst. Uh, jetzt muss ich mich doch ein bisschen anstrengen. Genau, sie hört auch mal auf mich. Und Nemesis liegt das erste Mal niedergestreckt. Das läuft ja ziemlich gut. No. Stars, finde ich. Stars! Jetzt hat er mich geschlagen, der Peller. Dass der sich nicht schämt. Das kriegst du zurück. Ja, und auch hier zu erwähnen, wir könnten jetzt theoretisch, auch wenn wir merken, oh mein Gott, Nemesis ist so stark, könnten wir auch zu Brad rennen, ihm eine Karte entwenden und dann trotzdem einfach in die Policestation rennen. Aber das ist überhaupt nicht der Stil von Devil, denn Devil will kämpfen. Und lassen wir ihn also kämpfen. Ja, weil es geil ist. Ja, weil es geil ist. Und wir wollen ja von Nemesis was haben. Genau. Deswegen müssen wir das durchziehen. Ich will seinen Schädel haben. Ja, und ich will seinen linken Arm. Der mit den langen Tentakel dran. Der ist ja jeder Klemmer und die sind ja auch übelst geil, finde ich. Der übelst heiß. So, immer wieder. Du blöd, du blöd. Das ist komisch, fanäte Auge. Schön ausgewicht, Süße. Oh, scheiße. Ach, von allem ist... Ah, ist voll lustig, weil sie ja in dem Sinne ausweicht, aber sie ist trotzdem... hat sich nicht von der Stelle eigentlich bewegt. Stimmt. Weil sie da so hingehen, an der Ecke da gestanden hat. Ach, du scheiße. Okay. Mir ist das einmal passiert bei dem Kampf. Das habe ich nicht aufgenommen gehabt, aber das ist mir einmal passiert. Da hat er sich hinten bei diesen Blumenkübeln... Yay. Da hat er sich hinten bei diesen Blumenkübeln festgebackt. Und hat sich da nicht mehr... Wollte laufen und es ging nicht. Der hat da festgesteckt. Das war übrigens geil. Jetzt haben wir die Igelparts... Ah. Das ist sehr gut. Das heißt, wir bekommen dann... Okay, jetzt muss ich noch die Karte klauen. Ja, ich bin ein Leichenbeklauer. Leichenfledderer. Leichenfledderer. Voll böse, ne? Und Jill fasst auch ihm in den Schritt. Die kennt deine... Nein, auf den Arsch. In den Arsch eigentlich. Ah, in den Arsch. Okay. Ja, stimmt. Er liegt ja auf dem Bauch. So, jetzt überprüfen wir gleich mal die Karte, weil da ist nämlich was ganz Besonderes. Also dieses Täschchen oder wie man das auch immer nennen will. Jetzt haben wir die Stars-Karte. Die kriegen wir normalerweise von Jill, wenn wir in den Schulungsraum reinlaufen, den wir in Resident Evil 2 dann gesehen haben. Aber ja, wir machen es einfach mal schnell und unkompliziert. Und auch hier wichtig zu erwähnen, dass der dritte Teil sozusagen vor, während und nach dem zweiten Teil läuft. Das heißt, wenn Jill jetzt hier im Polizeirevier ist, waren hier Claire und Leon noch nicht. Jetzt sind wir momentan vor dem zweiten Teil und dann teilweise während des zweiten Teils und dann aber auch danach. Nur mal so zur Orientierung, weil wir ja das Polizeirevier auch aus dem zweiten Teil kennen. Merkt ihr mal bitte 0513? Ja, ich habe aufgeschrieben 0513. Alles klar. Und es ist jedes Mal ein anderer Code. Mann, Mann, Mann. Also nicht, dass wir das schon mal gespielt hatten oder so. Nein, nein. Stimmt. So, Devil, was soll ich eigentlich mit den 20 Codes machen, die ich schon notiert habe? Keine Ahnung. Irgendwie... Keine Ahnung. Nee, nee, das war ein Spaß. Ach, Mann. Der pisst mir wieder ans Bein. Du nimmst aber auch immer die Seite, die da irgendwie mit Zombies bevölkert ist. Ja, das weiß man nicht, ob links oder rechts belaufen wird. Ach, ist das unterschiedlich? Ja, vorher war es ein bisschen anders. Ach so, okay. Ja, das Spiel ist nicht immer gleich. Das ist auch das Interessante. Der Code ist ja auch nie gleich. Ja, aber das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Finde ich auch toll, weil das animiert ja den Spieler auch da mitzumachen, sozusagen. Äh, willst du nicht einen Stein mitnehmen? Nee, ich habe keinen Platz im Eventar. Ach so, okay. Wir haben jetzt nämlich eigentlich nur eine Heilung verbraucht gegen Nemus. Das war richtig cool. Da warst du ja jetzt zu gut, Mensch. Du bringst das ganze Konzept durcheinander. Ach du Scheiße, die Schlampe steht nochmal auf. Das Miststück, streck sie nieder. So, aber die haben wir gleich mal. Jo. Stirb doch, du Freak, du verdammter. Wenn du fluchen willst, mache ich dann einfach so'n Typ. Du verdammter Typ. Tensiert. Genau, für die kleinen Jungen. Ja, nein, aber ich bin ja ganz stolz auf dich. Also der Kampf war richtig cool. Muss man sagen. Leute, nehmt euch da alle ein Beispiel dran. Mhm. Man kann sie ja schaffen, wenn man will, ne? Ja. Also es ist wirklich, mit der Pistole ist sie echt agil. Das ist echt cool. Aber sie ist nur einmal ausgewichen, glaube ich. Normalerweise weicht sie öfters aus. Ja, das ist Timing, glaube ich. Mit der anderen Waffe geht's schneller und besser. Irgendwie, da hast du schon recht. War wesentlich, ja. Bei der Pistole ist das so'n bisschen... Juhu. Ah, das wieder eine Datei zum Lesen. Aber zuerst mal ablegen. Ja, die ganzen Heilsachen brauche ich jetzt momentan nicht. Ich habe, wie gesagt, nur ein Kraut verwendet. Das war richtig geil. Und wir sind alle ganz, ganz stolz auf dich. Was nehme ich denn alles mit? Eigentlich brauche ich doch gar nicht. Farbband? Ach nee, Quatsch. Nee, zuerst das Tool. Ja. Hast du denn jetzt... Ist eigentlich hinten was in diesem Entwicklungsraum, Mann? Nee, da ist nichts dran. Nee? Nee. Okay. Wir mischen wieder Kräuter. Äh, Kräuter sag ich schon. Äh, Munition. Und haben wieder über 50 Schuss, das ist super. Und hier ist auch eine Datei. Allerdings werden wir die nicht lesen. Und jetzt gerade ist das Update übrigens schon gewesen. Jetzt haben wir gesehen, wir haben schon 17 Schuss rausgekriegt, anstatt 15. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich habe es gesehen. Und alle, die das jetzt hören, die spulen jetzt gefälligst nochmal zurück, drücken Pause und gucken hin. Genau. Sonst bekommt die eine von ihr die Klatsche. Genau. So wie ich immer. Sonst gibt es Popo-Klatsche für Anfänger. Ja, immer. Durch Skype. Visuell. So, was müssen wir jetzt machen? Das Reload-Tool wegpacken. Stimmt. Habe ich das nicht schon weggepackt? Was machst denn du da? Hast du es gerade weggepackt? Ja. Wie gesagt, ich sehe für alle Zuschauer, ich bin nicht blöd oder so. Ich sehe es, wie gesagt, sehr ruckelig. Und teilweise zeitversetzt. Deswegen kann ich nicht immer up-to-date gleich aktuell mitkommentieren. Sondern ich sehe es halt in einzelnen Bildern, die sich zusammenreihen. Genau. Etwas stockend. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Und ich habe den Sound auch nicht auf dem Ohr. Dafür höre ich die ganze Zeit der beliebliche Stimme. Nein. Bandscherz. Aber ich kann nichts dafür, wenn du deinen Ohrenkrebs kriegst, ne? Dann beim Arzt die Diagnose. Haben sie zufällig die Stimme von gewissen Leuten gehört? Ja, ganz viel. Was willst du eigentlich da oben? Du hast doch den Schlüssel noch gar nicht geholt. Oh, dankeschön. Ja. Ne, im Gang hinten waren keine Kräuter in dem Teil, ne? Normalerweise, ich weiß nicht, warum. Sonst hättest du die jetzt schon mal holen können, ne? Ja, Leute, ich hab ein bisschen verpeilt durch. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Das liegt an mir. Ich wirke so ablenkend auf dich. Wie geht immer bei den Frauen, ne? Ja, genau. Frauen haben es halt drauf, ne? Und vielleicht ist es auch Jills knappes Röckchen, man weiß es nicht. Ja, das wird es auch sein, wahrscheinlich. Und ihre braunen Wildlederstiefel. Na gut, die Stiefel sind mir relativ egal, ich so aus wie es ist. Ach, die Stiefel sind eigentlich ganz cool. Ja, wie gesagt, ich trage sowas eigentlich nicht. So. Du bist ja auch ein Mann, wenn du mit Miniröckchen und Stiefeln kommst, würde man alle komisch gucken. Den Code, bitte. Also das soll nichts gegen Leute jetzt sein, die sowas gerne tragen. Jeder, wie er möchte, ne? Den Code, bitte. Äh, der Code ist 0513. Wenn der jetzt falsch ist, ne? 0513. Was gibt's dann? Ja, das ist richtig. Popo Klatsch. Genau. Nee, ich schlag keine Frauen. Vergiss den Stein nicht. Ja. Schatz auf. Ja, Mama. Mama? Was? Sage mal. Freundchen. Wir müssen gleich mal die Aufnahme wegen technischen Störungen unterbrechen. Falls ihr irgendwelche Schmerzschreie und heulen hört, nehmt das nicht ernst. Das ist eine Punktstörung. Nee, ich muss sowieso hier den Kasten machen, weil wir haben schon über 16 Minuten. Deswegen würde ich auch jetzt mal so spontan sagen, Danke fürs Zusehen, Leute. Würde mich über den Kommentar und einen Like freuen, oder zumindest eines von beiden. Ich gehe schnell speichern. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Paar von Resident Evil 3 wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Tschüss.